Ich weiß nicht, was der Film uns immer tellen wollte. Also ich hab mir halt schon gedacht, dass der Film irgendwie so wird, weil nix in Tekken macht, auch nur anmärkt irgendwie Sinn. Ja. Irgendwie hast du wieder aber keine Hose bei mir. Wieder aber unsichtbar. Äh, ich schon. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwie ne komische Matt von dir. Ja. Alter, da wird er gegessen. Und wann? Nicht aufladen! Boah. Aber wieder so ne Drecksscheiße. Was war das für ein heftiger Stance gerade? Ah, ich kann auch irgendwie was aufladen. Keine Legs, Wixxer. Ich find die aber richtig, ich find die halt auch richtig komisch zu spielen. Irgendwie wie Lai, aber irgendwie ein bisschen besser. Mit der kannst du halt einfach nur alles drücken und dann gewinnst du nichts. Ja. Oh. Aber was ist die Demon Scheiße? Das war knapp. Das war null Wins mit der Bitch. Ja. Ja. Ich hab ja irgendwie erst einmal mit der gespielt und dann hab ich verloren. Was ist das? Deswegen so der Erste wurde mir jetzt gar nicht mal schlecht. Das seh ich jetzt noch nicht. Fast perfekt für dich. Ja. Ja komm, du musst aktivieren. Ihr, du lebst doch? Das ist so eine Kacke, ey. Ja, ich drehe drüber. Ich weiß. Ja. Ja. Mhm. Irgendwie nichts trifft hier von keinem. Oh ne. Ja, ich hab verloren. Nein, falls jetzt noch Knöpfen. Ja. 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 Ja.